Auf dem Deutschen Krebskongress werden die neuesten Daten aus Klinik und Forschung präsentiert. Sie können sich aber auch selbst beteiligen, indem sie ihre eigenen Ergebnisse als abstrakt einreichen. Die Abstrakts werden nach Begutachtung publiziert oder als Vortrag oder Poster in das Kongressprogramm aufgenommen. Von den besten Abstrakts werden Videoclips produziert und durch unsere Medienpartner noch während des Kongresses veröffentlicht. Beteiligen Sie sich am Kongress, indem Sie abstrakts einreichen.